Es ist soweit der allererste Gewächshausrundgang im neuen Jahr 2022 und seit dem letzten ist ja schon ein bisschen Zeit jetzt vergangen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil ihr habt gar nichts verpasst. Es war ja hier eh alles im Wintermodus. Dafür gibt es jetzt aber umso mehr zu sehen, weil jetzt fangen die Pflanzen natürlich alle an zu wachsen, zu sprießen. Es gibt viel zu entdecken. Wir haben im Winter natürlich auch viel vorbereitet. Das schauen wir uns auch gleich an. Es gab auch die ein oder andere Umbauarbeit. Vielleicht gucken wir da auch mal drüber. Auf jeden Fall ganz viel Spaß jetzt mit dem Video. Ja, herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Und das Wichtigste machen wir natürlich gleich zuerst. Der Shop-Start. Das interessiert euch wahrscheinlich am meisten. Und jetzt muss ich mal sagen, ganz großes Dankeschön an all diejenigen, die mir nicht geschrieben haben. Wann öffnet der Shop wieder? Wann geht es los? Wann kann ich kaufen? Weil es ist echt nervig, Leute. Ich kriege so viele E-Mails jeden Tag. Und guckt doch einfach nur die Videos an. Guckt auf die Webseite drauf. Da steht alles drauf. Alle Informationen sind immer auf der Webseite. Und ich habe im Januar schon die ganzen Veranstaltungstermine aufgelistet. Und da steht auch drin, Ende März, Anfang April ist Shop-Start. So. Und wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr es eigentlich. Und es ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Und ich weiß nicht, warum ich es jedes Jahr immer nochmal sagen muss. Auf jeden Fall haben wir für dieses Jahr den Shop-Start am Samstag, 26. März geplant. Wenn alles gut geht, dann wird es wahrscheinlich auch schon im Laufe des Vormittags klappen. Aber man weiß ja nie, so mit der Technik. Es gibt ja doch immer so Raffinessen, wo es mal ein bisschen nach hinten losgehen kann. Aber auf jeden Fall dick im Kalender eintragen. Samstag, 26. März. Und weil auch immer ganz viele Fragen nach unseren T-Shirts, nach dem Merch, auch das, was ich hier immer so anhabe, die werdet ihr in Kürze auch bei uns auf der Webseite finden. Deswegen guckt da auf jeden Fall nochmal genauer hin. Genug mit den Terminen. Jetzt geht es hier um die Pflanzen. Und ich stehe hier gerade an Bi ihrem Arbeitsplatz. Sie ist gerade aktuell mit den Fliegenfallen beschäftigt. Hier haben wir die Shurkan, also eine Auslese von uns selber. Und ihr seht, man muss hier alte Blätter entfernen. Teilweise muss man sie ein bisschen umtopfen, Moos raus oder so. Und so wie hier sieht es dann aus, wenn alles frisch gemacht ist. Und Fliegenfallen ist jetzt im März noch das große Thema, weil wir hier noch die Sammlung vor uns durchhauen müssen, bis dann der Shop-Start wieder ist. Und da haben wir nämlich gar keine Zeit mehr zum Umtopfen. Und Fliegenfallen ist jetzt auch wirklich so das Letzte auf der Liste, was noch getopft werden muss. Wir haben schon ordentlich rangeklotzt und haben eigentlich seit Oktober sind wir schon am Umtopfen hier. Und es ist alles frisch gemacht. Aber da seht ihr gleich mehr, wenn wir auf die andere Seite rüber gehen. Ja, und bei uns hier in der Gärtnerei, da geht es ja meistens so Ende Februar schon mit dem Neuaustrieb der Pflanzen los. Und das sieht man jetzt hier auch ganz gut bei den Drosserabinata. Die sind ja alle schon richtig am Sprießen. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, wir hatten die letzten drei Wochen natürlich mega Wetter. Wir hatten jeden Tag richtig Sonne, blauer Himmel. Und da haben wir hier drin Temperaturen über 20 Grad schon. Also absolutes T-Shirt-Wetter. Nachts wird es noch ziemlich kalt. Da geht es jetzt gerade schon noch so auf minus 4, minus 5 teilweise runter. Aber das ist gar nicht schlimm. Hier drin ist es frostfrei. Die Pflanzen können super wachsen. Und es sieht schon richtig gut aus hier. Saracenia, Alata, die Schläuche hier sind allerdings noch von letztem Jahr. Aber ihr könnt es hier schon sehen. Guckt mal, da hängen auch schon die Blüten dran. Und da haben wir letztes Jahr im Herbst schon ziemlich gut vermehrt. Also hier ist wirklich der gesamte Tisch voll mit Alata. Also gerade die Seite, das sind unsere ganze Alata-Klone. Auf der anderen Seite haben wir nochmal Saracenia rubra. Die hatten wir jetzt glaube ich auch schon drei Jahre oder so nicht mehr im Programm. Da haben wir es aber auch endlich mal geschafft, die alle durchzutopfen. Die Sammlung mal wieder in Ordnung zu bringen, weil da war großes Chaos drin. Aber da haben wir jetzt auf jeden Fall auch ein Riesenangebot an Rubra. Psytazina stehen da noch ein paar. Also da kommt auf jeden Fall einiges Neues rein. Das, was ihr hier sehen könnt, das sind unsere vorbereiteten Moorsets. Hier haben wir jetzt Saracenia Flava. Und ich sage es gleich dazu, die Moorsets, die wird es nicht vor Ende April, Anfang Mai geben, weil jetzt einfach noch die Frostgefahr viel zu groß ist. Und ihr seht es jetzt hier schon sehr schön, die treiben alle dicke Blüten, kommen schon richtig schön raus. Wenn ihr die jetzt alle rauspflanzen würdet, dann würde die Blüte halt sehr schnell abfrieren, wenn nochmal Frost kommt. Die Pflanze muss nicht unbedingt kaputt gehen, kann auch passieren, ist aber seltener der Fall. Aber weil halt der Frischaustrieb zurückfriert, wird die einfach nochmal um drei, vier Wochen zurückversetzt und muss halt wieder ganz neu anfangen aufzubauen. Deswegen, wenn ihr euch einen Moorkübel anlegen wollt, Teichbepflanzung, Balkonkasten oder so, wartet bitte noch Ende April, Anfang Mai, Mitte Mai, teilweise Eisheilige ist ja so ein Datum. Bis dahin kann es immer noch Frost geben und vorher bitte kein Moorkübel anlegen. Also jetzt Ende März, Anfang April ist auf jeden Fall noch zu früh. Und um da einfach ein bisschen sicherer zu fahren für euch, eure Sicherheit, bieten wir die Sets auch erst so Ende April, Anfang Mai an. Die sind auf jeden Fall alle auf Multitopfplatten getopft. Ich zeige euch das mal, weil wir können die dann nämlich geschickt so rausnehmen einfach. Und dann haben wir hier einen schönen, dicken Wurzelballen unten dran. Und die Multitopfplatten sind da halt echt super für geeignet. Bei uns stehen sie jetzt alle hier auf den Tischen. Die Tische sind aber alle voll, wie ihr sehen könnt. Deswegen verwenden wir teilweise noch diese Pikierschale, wo die Platten dann auch noch unterm Tisch oder seitlich irgendwo dran stehen. Vielleicht willst du ein oder andere von euch zu Hause auch einsetzen. Ich habe euch mal die Amazon Links unten in die Videobeschreibung reingehauen. Findet ihr Multitopfplatten in verschiedenen Größen, als auch die Pikierschale. Auf jeden Fall eine sehr praktische Sache, die wir hier auch überall in der Gärtnerei einsetzen. Hier befinden wir uns gerade an einer meiner Lieblingsecken aktuell, das Darlingtonia-Beet. Haben wir auch alles frisch getopft, komplett jeden Topf. Wir haben natürlich wieder unser Spezial Darlingtonia-Substrat dafür verwendet, weil wir da jetzt über drei Jahre sehr gute Erfahrungen mit gesammelt haben. Gibt es auch schon einige Videos dazu. Ihr seht jetzt da oben gerade eins eingeblendet. Klickt gerne mal drauf, da seht ihr das im Detail vorgestellt. Und ich kann es gar nicht mehr erwarten, bis die eigentlich richtig anfangen auszutreiben. Man sieht jetzt noch nicht so viel. Da sehe ich es gerade in dem Topf hier. Da kommt jetzt hier schon so ein bisschen die Blüte raus. Aber so richtig viel tut sich noch nichts. Bei den meisten Töpfen ist noch gar nichts zu sehen. Aber ich bin mega gespannt, wie groß die dieses Jahr werden. Und jetzt, wo alles frisch getopft ist, es sieht halt wieder richtig geil aus. Weil es waren doch vereinzelt wieder viele tote Pflanzen drin. Viel braune Schläuche. Und das ist jetzt alles wieder clean gemacht. Und wir haben auch hier übrigens der ganze vordere Bereich. Das sind alles Verkaufspflanzen. Wir haben ein paar größere, die extra für die Märkte sind. Aber auch hier so größere, kleinere, unterschiedliche Größen, die dann in den Shop kommen. Verschiedene Klone. Da haben wir dieses Jahr auf jeden Fall eine riesengroße Auswahl. Und hier hinten, da stehen die ganzen Mutterpflanzen. Ihr seht es schon. Große Töpfe, große Pflanzen. Hier haben wir die Form aus Yuchi. Das war ja die zweitgrößte letztes Jahr. Ich glaube, 54 Zentimeter der Schlauch. Die größte hatte 64, wenn ich es richtig weiß. 63, 64, so. Aber auch der Klon von Yuchi. Und ihr seht, das hat ein super Klon. Der hat eine riesen Zunge. Richtig schöne, große Köpfe. Wir haben ja auch viel Rotfärbung jetzt in der kalten, dunklen Jahreszeit. Weil nicht nur Sonne ist ja ein Rotfärbefaktor, sondern auch die Kälte. Und Sonne oder viel Licht und sehr kalte Temperaturen, das bringt immer die rote Farbe. Egal jetzt, ob bei Zephi, Stylingtonia oder auch andere Pflanzen. Auf jeden Fall hier. Richtig schöne Ecke. Und ich freue mich, wenn es dann richtig losgeht. Und die Schlonze, die ihr hier sehen könnt, das ist so, was ich so über die Jahre auf dem Tisch ablager, das seht ihr hier. Und das wird dann immer erstmal frei gemacht, bevor wir hier die frisch getopften Pflanzen wieder draufstellen. Und hier sind wir schon am besagten Dionea-Tisch. Ihr seht hier vorne die schönen, frisch gemachten Pflanzen. Die sind jetzt alle schön frisch eingetopft und können sich wieder wunderbar entwickeln hier im Topf. Und hier drüben, da sehen wir noch die alten. Und die sind teilweise echt so richtig fett im Moos drinnen. Und das wollen wir ja nicht haben, aber haben wir ja auch schon mal im Video ausführlich thematisiert, warum wir das nicht haben wollen und warum das nicht gut für die Pflanzen ist. Und ihr seht es jetzt hier sehr schön auf dem Tisch. Die Seite, da ist noch viele alte Töpfe, die frisch gemacht werden müssen. Die andere Seite ist schon fast durch. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt noch die Aufgabe bis zum Shop-Start, dass der Dionea-Tisch fertig wird. Hier auf der anderen Seite, da stehen die ganzen Verkaufspflanzen. Der Tisch ist eigentlich auch schon fast fertig. Da sind jetzt hinten noch zwei Quadratmeter, die noch durchgehauen werden müssen. Aber wir haben natürlich wieder super viele Klone für euch vorbereitet. Und die haben auch schon, wie ihr sehen könnt, alle richtig schöne Größen. Hier haben wir zum Beispiel die G12. Das ist so eine ganz grüne Form, die aber auch klasse aussieht. Und da kommen auf jeden Fall auch wieder große Auswahl und schöne Pflanzen in den Shop dann rein. Ruridula haben wir auch einige für euch vermehrt. Manche sind noch ein bisschen kleiner. Hier haben wir auch schon ein paar größere Pflanzen. Die hatten jetzt auch schon die erste Blüte. Ich habe die auch schon alle bestäubt. Teilweise sind auch Wanzen drauf. Die bestäuben dann auch immer von alleine. Also da haben wir auf jeden Fall hohen Samenansatz dann. Und wir haben hier noch viel mehr. Das sind alles Sämlinge von letztem Jahr jetzt noch. Die hier sind zwei Jahre alt. Das sind die von letztem Jahr. Und ihr seht es aber auch, die wachsen recht unterschiedlich. Manche schießen richtig nach oben. Da ist dann aber auch schon bald Zeit zum Pikieren. Und die kommen dann, ja so im Sommer denke ich auch, in den Shop rein. Und wir sehen dann. Kakteen sind zwar Trockenpflanzen, aber auch die brauchen mal ein bisschen Wasser. Hier seht ihr jetzt Bi ihre Kakteen-Ecke. Und da sind auch einige schöne Stücke dabei. Hier hat sie sich so ein kleines Aquarium angelegt mit verschiedenen Sachen. Aber ich finde auch diesen Tontopf hier sehr geil. Der ist wirklich sehr gelungen mit ganz vielen verschiedenen Kakteen drauf. Die standen jetzt im Winter alle komplett trocken. Aber jetzt im Frühjahr muss man sie wieder ein bisschen angießen, damit die eben auch wieder zu Saft kommen. Und das Wachstum angeregt wird. Man riecht schon so ganz leicht so ein bisschen einen Honiggeruch. Das hier ist Drosophilum lucitanicum. Eine Pflanze, die so hauptsächlich in Spanien wächst. Portugal, Nordmarokko. Das sind jetzt aber hier Typen aus Andalusien. Und die verströmen eben so einen leichten Honiggeruch. Die blüht dann nachher aber richtig extrem. Dann duftet hier drumherum alles richtig schön nach Honig. Und bei Drosophilum ist das Besondere. Da rollen sich die frischen Blätter nämlich nach außen hin auf. Also die sind nicht von innen nach außen, sondern die rollen sich von außen her quasi. Aber sie sind einmal verkehrt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen schwierig zu erklären. Und sind auch sehr effektiv. Sind auch Klebefallen. Haben hier auch schönen Kleber drauf. Glitzern jetzt auch schön so ein bisschen in der Abendsonne. Und wir haben hier auch ein paar Verkaufspflanzen vorbereitet. Die sind jetzt auch vor ein paar Wochen frisch gemacht worden. Und wir haben auch Samen ausgesät. Ich nehme mal den Topf hier. Weil wir ernten ja jedes Jahr immer viele Samen ab. Und da kommen auch schon die ersten Sämlinge raus. Der Sand ist übrigens nur an der Oberfläche. Weil ich weiß, sonst kommt wieder die Frage, ist da der ganze Topf voll mit Sand? Nein, das ist natürlich nur oberflächlich abgedeckt. Aber, ah und hier stehen ja Bibles. Guck mal, da können wir auch gleich drauf gucken. Die fangen jetzt nämlich auch wieder mit dem Wachstum an. Bibles Gigantea aus Australien. Südwest- äh, Südost-Australien. Und hier kommt jetzt der Neuaustrieb. Sieht man hier sehr schön. Und das war jetzt quasi der Blütenstand von letztem Jahr. Und hier haben wir noch eine Pflanze, die ist ein bisschen buschiger schon. Ein bisschen größer. Und Bibles Gigantea ist ja eine mehrjährige Art. Und hier sind sogar auch Bibles Wanzen drauf. Aber ich sehe jetzt gerade keine. Kann auch sein, dass sie jetzt über den Winter alle abgestorben sind. Und da kommen jetzt, aber da sind überall Eier drauf. Und aus den Eiern schlüpfen dann quasi wieder die Babys aus. Und da hat man da in Kürze auch wieder viele Wanzen drauf. Zephis haben wir dieses Jahr auch wieder die komplette Sammlung umgetopft. Und wie es bei Zephis immer so ist, die nehmen es einem sehr übel, zicken danach rum. Wir haben die zwar schon alle im November gemacht, aber bisher ist noch kein Neuaustrieb zu sehen. Oder ganz vereinzelt, nur so ein ganz bisschen. Also bis die große Zephi-Welle den Shop erreicht hat, es dauert ein bisschen. Wir haben jetzt am Anfang noch Pflanzen, die wir nicht umgetopft haben. Hier habe ich jetzt beispielhaft einfach mal so einen Eden Black. Könnt ihr hier sehen. Der wurde nicht getopft. Der war noch gut von letztem Jahr. Und deswegen gibt es am Anfang erstmal auch nur die Pflanzen, die noch gut sind. Also quasi letztes Jahr frisch gemacht worden sind. Die, wo jetzt dieses Jahr getopft werden müssen, die müssen sich einfach erst etablieren. Ihr wisst, wir warten immer, bis die Pflanzen richtig etabliert sind. Und im Shop kommt auch jetzt, gerade am Anfang im Frühjahr, wenn natürlich alles erst am Wachsen ist. Das muss ich natürlich erst im Topf etablieren, einwachsen. Und dann wird Stück für Stück immer aufgefüllt. Alle zwei, drei, vier Wochen. Je nachdem, wie die Pflanzen halt gewachsen sind. Weil wir wollen ja nur robuste Pflanzen verschicken, die bei euch auch gleich weiter wachsen. Und Zähfies, die nehmen es halt einem immer übel und sind dann da leider sehr zickig. Aber dennoch super schöne Pflanzen. Ja, Bies Gemüse ist ja auch schon gut am sprießen. Die hat sich nämlich dieses Jahr wieder draußen in großen Gemüsegarten angelegt. Und ist auch alles hier wieder auf Multitopfplatten ausgesät. Es ist also wirklich sehr praktisch. Und ich bin mal gespannt, was wir dieses Jahr alles ernten können. Ja, du Poppele, du. Du musst ein bisschen wachsen. Hier haben wir also tatsächlich eine Saracenian Leukophylla, die hier gerade ihre Blüte sprießt. Und ich muss auch sagen, die Leukos sind dieses Jahr echt früh dran. Normalerweise sind die immer viel später dran. Ein bisschen weiter sind dagegen schon die Flava. Also seht ihr hier, die hat schon eine Riesenblüte. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir in einer Woche schon die ersten offenen Blüten haben werden. Ihr werdet es dann auf jeden Fall bei Instagram sehen. Da werde ich es natürlich posten. Und ansonsten haben wir natürlich auch wieder ordentlich Gas gegeben und für euch die schönsten Klone vermehrt. Und Tische sind auf jeden Fall alle schön gefüllt. Teilweise noch schöne Schläuche von letztem Jahr dran. Aber auch der Neuaustrieb ist schon überall vorhanden. Weil das dauert nicht mehr lange und dann geht es endlich wieder richtig rund hier. Hier auf dem hybriden Tisch gibt es zwar schon viel zu sehen, aber das sind alles noch die alten Schläuche von letztem Jahr. Die flacheren behalten eh meistens ihre Schläuche, weil das ja so Poporea-Kreuzungen sind. Hier haben wir so mittelhohe. Ja gut, hier steckt viel Leukophylla mit drin. Die behalten dann die Schläuche auch. Und die ganzen Flava-mäßigen Hybriden oder wo Flava drinsteckt, da gibt es nichts mehr zu sehen. Dafür gibt es hier schon erste neue Schläuche zu sehen. Das, was ihr hier sehen könnt, das ist die berühmte Atlas V, eine Kreuzung zwischen Leah Wilkerson und Adrian Slack. Und die sticht natürlich besonders hervor, gerade auch durch ihren ganz weißen Deckel. Die hat jetzt noch nicht die Endgröße erreicht. Ich glaube, der Schlauch hier, der hat so um die 50 Zentimeter, ist aber auf jeden Fall schon eine schöne, kräftige Pflanze. Und dieses Jahr wird sie dann bestimmt auch richtig große Schläuche machen, weil die hat ein enormes Potenzial. Auch der Deckel und die Farben ändern sich dann nochmal komplett bei den richtig ausgewachsenen Schläuchen. Ich freue mich sehr drauf und ich hoffe, ich kann dieses Jahr auch mal die erste Blüte ergattern, dass ich noch ein bisschen damit kreuzen kann. Sarrazenia Alata A20, eine Form mit ganz dicken Schläuchen, kommt aus Stone County in Mississippi. Und hier die ganze Alata-Sammlung vereinzelt stehen auch richtig schöne Schläuche dabei. Was mir aber auf diesem Tisch hier gerade gut gefällt, ist die ganze Minorsammlung, weil hier sind auch noch sehr viele Schläuche erhalten geblieben über den Winter. Und da haben wir richtig schöne Stücke hier aus dem Okifinoki zum Beispiel. Der wird auch ganz groß, großer Deckel, breiter Schlauch. Wir haben kleinere Formen. Hier von Charleston die Ecke Waycross und hier nochmal die M18. Das ist eine, die wirklich über einen Meter groß wird. Und ich bin echt gespannt, wie groß sie dieses Jahr werden. Welcome to the Jungle hier im Tropenhaus. Es hat sich mega entwickelt die letzten drei Monate über. Ich glaube, da waren wir das letzte Mal hier drinnen. Es gibt viel zu sehen. Wir schauen gleich mal ein bisschen im Detail hin. Hier seht ihr jetzt aber auf meinem T-Shirt meine absolute Lieblingskarnivore. Nepenthes villosa. Ihr kennt sie alle. Hier auf dem T-Shirt in Groß. Meine echte Pflanze ist aber noch sehr klein. Also die muss noch ein bisschen wachsen. Aber sie entwickelt sich ganz gut. Ich habe sie jetzt auch mal umgetopft. Und sollte sich jetzt eigentlich auch rasant entwickeln. Und es sind schon kleine Kann-Ansätze dran. Also mal schauen, wie groß die kann dieses Jahr werden. Eine Nepenthes, die wir jetzt gleich zum Shop-Start am 26. März neu im Programm haben, ist diese Nepenthes Molles mal Veitschi und dann nochmal mit Minimal gekreuzt. Ich nehme jetzt einfach mal diese hier in die Hand, weil das ist so eine erste größere schöne Kanne. Eine schöne Musterung drauf. Sollte nachher auch ein riesengroßes Peristrom kriegen. Und ihr seht es ja selber, die Pflanzen haben auch schon eine sehr schöne Größe. Da hängen jetzt auch überall dicke Kannen an. Vor allem jetzt seit in den letzten Wochen viel Sonne hier reinkommt. Wachsen jetzt überall auch die Kannen, weil wir haben so einen kleinen Wachstumsstopp gehabt. Also generell alle Nepenthes. Die haben zwar Blätter gemacht, aber keine Kannen, weil dafür das Licht ein bisschen zu schwach war. War mir aber im Vorfeld schon bewusst. Aber ich wollte jetzt nicht hier nochmal ordentlich Energie reinhauen und alles beleuchten. Sondern ich habe gesagt, hast du halt drei Monate im Jahr ein bisschen kleinere Kannen, weniger Kannen. Dafür kommen die jetzt alle. Also wir haben quasi nur so einen Stopp gemacht. Und die Kannenansätze wachsen jetzt alle durch die viele Sonne wieder raus. Und in Kürze, also ich denke, im nächsten Rundgang könnt ihr hier schon massig Kannen sehen. Wieder richtig große, fette Dinge. Schauen wir mal, was noch so passieren wird. Wir haben auch viele Aussaaten gemacht. Ja, also die sind schon länger gemacht worden. Ihr seht es ja an den Pflanzen. Die haben auch schon eine ganz gute Größe hier. Also da können wir eigentlich auch schon wieder pikieren. Und da kommt dann auch viel im Shop nach, was so durchs Jahr weg immer ergänzt wird. Natürlich müssen sie sich erstmal einwachsen dann im neuen Topf und auch etablieren. Ich zeige euch hier mal eine schöne Nepenthes Zacriana. Oder die da hinten ist vielleicht schon ein bisschen größer. Guckt mal, das sind auch Spitzenkannen hier, oder? Ist auch eine Art aus Borneo. War früher eigentlich als Fusca beschrieben. Wurde aber vor drei Jahren dann auch eben umbenannt in Nepenthes Zacriana. Und weil der ganze Fusca-Komplex so ein bisschen aufgespalten wurde. Und aus einer Art wurden quasi drei gemacht. Ja, da sind viele so Zacriana. Da kommt auf jeden Fall auch noch was im Shop nach dieses Jahr. Das, was ich hier in der Hand halte, das ist früher mal als Nepenthes Rafflesiana Variante Elongata in Umlauf gewesen. Mittlerweile ist es eine eigene Art als Nepenthes Hemseliana beschrieben. Und das ist diese Art, wo die Fledermäuse drin übernachten. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gehört. Die Pflanze wächst auf Borneo. Die Kannen werden natürlich noch um einiges größer werden. Sind aber auch sehr schöne Kanne. Vor allem mit dieser riesen Flügelleiste hier. Und tagsüber schlafen da Fledermäuse drinnen. Die fliegen nachts aus, gehen auf die Jagd. Und den Kot, den sie dann hier tagsüber wieder hinterlassen, den nimmt die Pflanze wiederum als Dünger auf. Also wieder eine sehr schöne Symbiose hier bei den Karnivoren. Und auch sehr schöne Pflanzen, die jetzt auch gerade ordentlich Schub kriegen. Und übrigens, Flo, kannst du mal auf dem Boden fähren, dann seht ihr mal hier, wie voll hier wirklich alles ist. Und man muss hier irgendwie die ganze Zeit über die Schalen drüber steigen, weil einfach kein Platz ist. Und das Haus, ich hätte es einfach doppelt so groß bauen sollen. Wie immer einfach Platzprobleme ohne Ende. Ich glaube, hier bei Christoph seiner Heliam-Voraussammlung hat man den Lichtmangel im Winter am meisten gemerkt, weil die Schläuche einfach nicht so dieses kräftige Rot haben. Sie sind eher so grünlich geblieben. Nur ganz kleine Deckelchen oben drauf. Zwischendrin ist auch mal der eine oder andere vergeilte Schlauch, wo man einfach merkt, okay, die hätten auf jeden Fall mehr Licht vertragen. Aber das hat sich jetzt auch schon wieder schlagartig geändert. Es kommen wieder überall schöne Schläuche raus, mit großem Deckel auch. Und die sehen wieder normal aus. Und also so ein bisschen Licht oder Sonne, was das gleich ausmacht, ist immer der Wahnsinn. Blühen aber hier auch zahlreiche. Also es sind überall Blütenstängel dran. Teilweise haben wir die auch bestäubt. Da werden wir demnächst eh nochmal ein kleines Video dazu machen, wie man Helis bestäubt. Ist nämlich nicht ganz so einfach, bisschen tricky. Aber wenn man es weiß, dann geht es eigentlich immer ganz gut. Das, was den ganzen Winter über am besten gewachsen ist, sind eigentlich die tropischen Früchte. Da merkt man gar nichts von Lichtmangel. Die schießen unaufhörlich nach oben. Hier haben wir eine Papaya. Das ist eine Sherry Moja. Da kommen auch dicke Wurzeln unten raus. Das sind jetzt Verkaufspflanzen, aber auch die Mutterpflanzen. Also prächtig entwickelt hier die Papaya. Da sind auch gerade wieder Blüten dran. Blühen wieder zahlreich. Jackfruit hat ordentliche Schübe gemacht. Hier auch alles Neuaustriebe. Jetzt da oben kommen schon wieder die nächsten Blätter. Tao-Toi hier. Alles, was hier hellgrün ist, sind frische Blätter. Hier an der Karambola sieht man auch überall junge Triebe. Dann die Tamarinde hier. Auch überall frische Träte. Also die sind wirklich den ganzen Winter richtig durchgewachsen. Und kriegen jetzt auch nochmal extra Schübe. Deswegen, gut, Früchte kann man hier bei den ganzen Bäumen eh nicht kriegen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass Maracuja dieses Jahr richtig viele Früchte tragen werden. Die sind auch irre gewachsen. Viele Meter im Jahr. Da werde ich, äh, ja im Winter jetzt, also über den Winter sind jede Pflanze bestimmt fünf, sechs Meter gewachsen. Da werde ich vielleicht auch mal die ein oder andere mal ein bisschen zurückschneiden. Mache ich vielleicht auch mal Stecklinge von. Aber da erhoffe ich mir schon die ein oder andere Frucht. Und Maracuja sind ja auch sehr, sehr lecker. Die hier muss ich euch unbedingt noch zeigen. Das ist nämlich eine tropische Himbeere. Die wachsen auf dem Mount Kinabalu. Und da habe ich immer gerne die Früchte gegessen auf dem Weg nach oben. Und ein paar Samen davon habe ich mitgebracht und habe diese Pflanze hier draus gezogen. Die jetzt auch schon sehr stattlich geworden ist. Und die fühlt sich hier richtig wohl. Und da gibt es bestimmt auch die ersten Früchte dieses Jahr. Hier ist einer meiner Lieblingspflanzen hier im Tropenhaus. Nepenthes Trusmadiensis. Die Naturhybride zwischen Makrophylla und Lowi. Und die sieht wirklich immer gut aus. Man sieht jetzt hier schon mal die großen Kannen. Und die vereinigt halt beides. So die Lowi-Form. Das Peristom von Makrophylla. Und die werden auch riesengroß. Die Pflanze ist eh schon sehr stattlich. Hat hier auch schon zwei Seitentriebe bereits dran. Hier ist noch ein anderer Klon von Trusmadiensis nebendran. Der hat einfach so ein bisschen ein größeres Peristom. Sieht man hier vielleicht ganz gut. Und es sind einfach traumhaft schöne Pflanzen. Und in der Größe wachsen die auch ziemlich schnell, muss ich sagen. Also die hat ja letztes Jahr auch geblüht. Da sieht man hier noch den Blütenansatz. Und so in einem halben Jahr ist das jetzt schon wieder alles gewachsen hier. Also super schöne Pflanze. Und weil auch immer sehr oft die Frage kommt, ob ich nicht auch eine Nepenthes Hamata habe. Natürlich habe ich auch eine Nepenthes Hamata. Mehrere Klone sogar. Hier seht ihr eine. Die sind bloß alle noch nicht ganz so groß. Aber man sieht hier schon den ganz zahnigen Ansatz. Die kommt aus Sulawesi. Und hat eben auch so ganz markante Zähne wie Nepenthes Edwardianer. Steht auch eine da. Habe ich auch natürlich. Ist aber noch klein. Ich möchte euch hier aber mal die Hybride zwischen Hamata und Edwardianer zeigen. Ich glaube wir haben sie aber auch schon öfters mal in den Videos gezeigt. Und sieht halt klasse aus mit diesem Peristop. Guckt euch mal die scharfen Zähne an. Sieht richtig geil aus. Und weil auch immer sehr oft die Frage kommt, ist die hier zum Verkauf oder die anderen Pflanzen. Nein, die sind natürlich nicht zum Verkauf. Das ist natürlich alles vorwiegend erstmal nur meine Sammlung. Meine Mutterpflanzen. Aber wir vermehren ja hier draus immer. Wir machen Stecklinge. Wenn die Pflanzen blühen, dann machen wir natürlich auch Samen. Sehen die aus. Und das was daraus resultiert, also aus den Stecklingen wieder neue Pflanzen entstehen. Das was aus Samen herauskommt. Wenn die die entsprechende Größe haben und verkaufsbereit sind. Dann wandert alles automatisch in den Shop. Deswegen einfach immer nur in den Shop reingucken. Da findet ihr wirklich alle Pflanzen, die es gibt. Was nicht im Shop drin ist, gibt es auch nicht zum Verkauf. Und wir haben ja jetzt die letzten Wochen auch, oder Monate eigentlich, sehr hart an der neuen Webseite gebastelt. Es wird also jetzt zur Shop-Eröffnung auch die neue Webseite kommen. Der neue Shop mit vielen extra Features. Und seid mal gespannt. Es wird richtig, richtig geil werden. Es war super viel Arbeit, vor allem auch was Flo hier reingesteckt hat. Aber es sieht Hammer aus. Also ich kann es euch versprechen. Es wird mega geil werden, die neue Seite. Na, wisst ihr was das ist? Das ist ein altes Samenkorn von einer Durian. Wie ihr sehen könnt, da ist nichts drin. Weil die Pflanze ist nämlich schon ausgetrieben. Tada! Ich habe es endlich geschafft, Durian aus Samen nachzuziehen. Wenn ihr es bei Instagram verfolgt habt, ich war ja im Dezember, nachdem der Weihnachtsmarkt ausgefallen ist, noch in Thailand. Bin ich spontan hingeflogen. Habe dort natürlich auch wieder fleißig Durian verzehrt. Und hier aus diesem Samenkorn ist jetzt hier die Pflanze gewachsen. Die ist richtig dicke rausgekommen. Jetzt kommen hier die ersten Blätter. Die Wurzel kommt unten auch schon raus hier. So, die Pflanze ist jetzt noch klein. Aber ich habe natürlich noch mehr da oben. Schaut mal hier. Da sind schon größere Exemplare. Da sieht man jetzt auch schon die Blätter oben schön. Und ich glaube, es sind so sechs, sieben Pflänzchen, was ich jetzt insgesamt habe. Und es ist tatsächlich jedes Korn, das ich mitgebracht habe, ist angegangen. Das freut mich ganz besonders, weil ich es jahrelang probiert habe. Das hat nie geklappt. Durian nicht zu verwechseln mit Jackfruit. Die haben wir vorher schon gesehen. Jackfruit ist die größte Frucht der Welt, die so groß wird. Durian sind in der Regel so groß, sind ganz stachig und stinken enorm. Jackfruit stinken nicht, wird aber immer gerne verwechselt. Durian stinken, schmecken aber super lecker. Wenn es euch interessiert, ich kann auch gerne mal ein Video machen, wie man eine Durian richtig öffnet. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Könnte witzig werden durch den Gestank. Wobei, mich stört er nicht. Ich mag den Gestank oder für mich ist es eher ein Geruch, was angenehm ist. Und Durian schmeckt wirklich so lecker. Ich liebe diese Frucht. Und wenn ihr ein Video dazu wollt, wie man sie richtig aufmacht, schreibt es unten rein. Jetzt sind wir hier in der Pingi-Vermehrung angekommen. Da hat Yuki schöne Blattstecklinge gemacht hier. Und das Ergebnis seht ihr dann nachher hier. So sieht es dann aus. Aus den Blättern kommen ja überall neue Pflanzen raus. Sie haben jetzt Pingi, Culatina. Ne, Speck, Guatemala. Ne, beides. Rechts ist Tina, links ist Speck, Guatemala. Und das funktioniert halt echt super mit Pingis. Und so kann man die auch ganz einfach vermehren. Aber jetzt schauen wir mal auf den Tisch hoch, weil da ist gerade alles schön am Blühen. Und zwar haben wir hier Pingi, Culatina gleich mit Blüte. Und die blüht eigentlich auch fast das ganze Jahr über. Das sind jetzt Blüten, die sind glaube ich noch von Januar. Und jetzt kommt erstmal so eine Zeit, wo wieder Blätter wachsen. Dann kommen wieder Blüten. Aber generell kommen hier bei den Pingis gerade überall viele Blüten auch raus. Auch hier finde ich es ganz cool. Hier die Golden Eye. Das ist ja so eine mit so einer weißen Blüte, die so einen gelben Fleck dann hat. Also das ist jetzt die Winterrosette. Das sind die Winterblätter. Die sind ganz klein. Jetzt kommt hier die Blüte raus. Hat klasse Blüten. Und dann kommen die großen Sommerblätter raus. Aber es kommen auch über das Jahr immer wieder viele Blüten. Das ist ja so das Schöne bei den ganzen Pingis. Oder auch bei dieser Hybride hier. Die blüht wirklich das ganze Jahr. Da kommt immer eine Blüte nach der anderen raus. Das ist auch eine sehr schöne Pflanze. Und sieht auch hübsch aus so auf der Fensterbank dann. Und natürlich sehr nützlich gegen die ganzen Trauermücken und Fruchtfliegen, die man immer so in der Wohnung hat. Und ihr seht es natürlich. Platzprobleme ohne Ende. Das was hier ursprünglich mal als Lager gedacht war. Und als Lagerfläche erschlossen werden sollte. Ist nun doch wieder zur Ablagerung von Pflanzen geworden. Ich habe meine großen Schalen, die ich mal ursprünglich draußen hatte, hier reingeholt. Da wird es hier nochmal vier große, was sind denn das eigentlich so Blechschalen hier drin stehen, wo jetzt nochmal Saracenia drinnen sind. Wir haben auf dem Boden wieder ganz viele diese Pikierschalen stehen, wo auch noch alles voll ist mit Pflanzen. Und gerade da hinten die ganze Ecke, da steht sogar die ganzen CCs voll. Ja, also wir haben wieder gut vermehrt und vorbereitet. Und im Frühjahr haben wir einfach immer diese Riesenplatzprobleme. und ich könnte eigentlich nochmal ein paar hundert Quadratmeter mehr gebrauchen. Auch auf der Seite habe ich auch nochmal ein paar Schalen hinstellen müssen, weil es sonst einfach hinten und vorne nicht mehr gereicht hat. Und jetzt hat es auch super gepasst mit dem Video, weil wir sind genau in der Zeit fertig geworden. Hinter mir seht ihr noch so ein bisschen die Sonne untergehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es waren wieder viele Eindrücke für euch dabei. Ihr habt mal so mitgekriegt, was ich so getan habe. Also Winterpause heißt ja nicht, dass wir immer nichts tun und einfach nichts zu tun haben, sondern Winterpause ist wirklich für uns mit die wichtigste Zeit im Jahr, weil wir da eben alles umtopfen müssen, alles vorbereiten für die neue Saison. Und hier wird wirklich jeden Tag von morgens bis abends gerackert. Und es gibt so viel zu tun. Und bis zum Shopstart ist immer so Anspannung, ob alles fertig wird, ob wir alles in Zeit schaffen. Aber ich denke, wir kommen jetzt auch wieder ganz gut hin. Die Webseite ist noch da, muss noch viel gemacht werden. Und die Zeit wird jetzt knapp, aber es gibt keinen Plan B. Also es wird auf jeden Fall klappen. Ich bin dann auch mal gespannt, was ihr zur neuen Webseite oder zum neuen Shop dann sagt. Und das war es erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben geben. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Matze. Ciao!